So, guten Morgen und willkommen zurück bei Vampires the Masquerade und ich hab nicht tatsächlich gerade guten Morgen gesagt. Äh, ja, super, ganz herrlich. Äh, was wollte die? Genau, dass wir uns mit Janett treffen, ihrer Schwester, in diesem Café und das werden wir auch mal tun. Und ja, das wird auch erstmal die letzte Hauptmission sein, was ist denn das? Äh, ja, Hauptmissionen, weil dann noch einige Nebenmissionen anstehen, die ich dann danach machen würde. Nicht heute, weil wenig Zeit wieder, aber die nächsten Folgen. Die Decke irgendwie schief, tatsächlich. Okay, äh, gehen wir. Ich hätte schon machen können, während ich gequatscht habe, aber, joa, gehört dazu. Laber, 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 durch den Klox. So. Hm, hm. Und ich hoffe, mich schaut heute besser. Äh, ja, ich kann probieren zu schreien, aber keine Ahnung, woran das liegt, dass man mich manchmal nicht so gut hört. Puh. Ich scheine, weil ich immer sehr frühs aufnehme. Also sehr früh. Relativ ist es noch nicht um 8, deswegen auch guten Morgen. Und bin ich noch etwas vertrieft, aber, äh, muss. Und ich hab wieder vergessen, die Schneidetaste zu drücken. Herrlich. Was laufe ich eigentlich für einen Scheiß? Nehme ich überhaupt auf, ja. Und mein Internetkabel hat irgendwie ein öliges, irgendwas dran gehabt. Igitt, igitt, igitt. Da krieg ich nie wieder dran. So, wo ist das Café? Genau, da. Ich habe Angst. Na, Angst nicht, aber ich weiß, was mich erwartet. Und, ähm, wie lange habe ich das Spiel nicht mehr gespielt? Warte mal. Ehh, ich habe immer noch den Arm ausgerüstet. Ist ja nicht wahr, oder? Wie kommt das? Ach, dann. Der macht mehr. Nehme ich das nochmal. Und das da? Hm. Wie komme ich auf den Arm? Boah. Boah. Ja, das ist ja... Ja? Puh. Gut, ähm... Hm. Gehen wir mal rein. Jo. Rein da. Und es lädt wieder. Bis gleich. So. War gar nicht so lang. Hm. Seltsame Leute. Da hinten. Oh, Schokowehgel. N und Ns. Jaja. Wer kennt nicht N und Ns? Fällt mir jetzt das erste Mal auf. Oh. So, speicher jetzt mal. Ähm, speichern. Ähm. Die sind, glaube ich, ja... Das müsste ja sein. Gut. Ähm, jo. Gut. Das war eh. Okay. Genau deswegen. Oh, Pisser. Ich hatte bumm, bumm geschossen. Weck da. Pisser. Oh. Wo ist der letzte Penis? Da. Warte, nimm. Ich kommt trink. Ja. Gutes Mädchen. Braves Mädchen. Tolles Mädchen. Na, das war doch weniger kompliziert, als ich dachte. Was ist da schon gestorben bin? Fuck ey. Waffen. Nimm die Waffe. Ithaka. Ja, hier. Das ist doch was Feines. So was nimmt man. Ja, Telefon. So. Das pack'n wir mal weg. Boah. Äh. Ja? Auch schön. Ich weiß, dass wir unsere Differen hatten, aber du musst mir vertrauen. Therese hat dich getrunken. Ich musste mich in die Badekarte halten, weil sie jetzt eine Schmack hat und... Bitte, du musst mir helfen. Äh, ja. Geduld, weise Herren. Erzähl mir, was dich bedrückt. Ich komme, dieses Unrecht zu richten. Ja, ja. Das machen wir schon. Und eins. So, 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 so. Eure Weiber. Jetzt wird's übrigens interessant. Ich sag nix. So, egal. So, raus da. Nicht sterben oder so. Hm. Da kam jetzt noch irgendwas Böses. Und ich hab schon wieder nicht die Taste gedrückt. Yay. Dann laute ich dir eben mit meiner gottgleichen Stimme. Haha. Erzähl nun. Ein da. Ja, das ist wieder eine sehr interessante kurze Folge. Aber ich muss aufs Blut, deswegen... Äh, hab ich das jetzt wirklich wieder gesagt? Oh Gott. Oh Gott. Ja. Okay, ähm, okay. Hochdach. Nee, nee, ich bin doch dumm. Dumm. Das spätere ich gleich mal hier, weil... Fahrstühle böse. Wirklich böse. Böse Erfahrungen mit diesen Fahrstühlen gemacht. Ja, ich bin jung. Jetzt wird's interessant. Ich bin ja, ich bin ja. Ich bin ja, ich bin ja... So, ich muss was sagen, äh, wir stellen uns auf die Seite von Janett, weil die mir einfach sympathischer ist und, ja, weil es eh nicht mehr anders geht. Wir hätten beide retten können, aber ich, nö. Janett ist einfach cooler. Was ist das? Die Janus-Töchter tragen dieselbe Haut? Ja, Janus ist übrigens der Gott, äh, der zwie-gesichtige Gott oder so? Ich hatte mal was gelesen, ach Gott. Wunderschönen. Ich bin jetzt der Nacht, der dieser, deviant, zurückgezwungen, wunderschönen Wunderschönen. Du wirst, dass, in der ihrer Kondition, sie immer noch... ...fornicatet mit Kind, nicht mehr so? So despicable. So unclean! Wunderschönen, liebe Frau, oder ich würde sagen, Daddy's little girl? Du willst wissen, wie deprägt der Baron von Santa Monica kann sein? Shut up, Janett! You'd love the world to think you're a saint! When you thought I was asleep, I used to hear a father come in at night. I heard him whisper how much you loved you in your ear, before he, he, don't finish that sentence or you're dead! Äh, Nummer 2, bitte fahre fort, Elfenbein-Göttin! Nummer 2 wieder. You like to tell the story? She makes herself out to be the virgin queen of the night. Pious as a nun, stable as the Earth's orbit. It's all an act, isn't it? I'm the good girl, you're the wicked one! You've done nothing but plot against me, when I had our best interests at heart. And despite that, I've always covered up your mistakes. I've taken care of you, and this is how you repay me, B? Taken care of me? You've done nothing but keep me down, blame me for every mistake! Did you expect me to let you rule my life until the end of time? No, sister. You've had it coming since our last sunrise. Is that right, dear? If it wasn't for me, you would have never survived this long. Remember? They tried to separate us, but I refused. I chose this life and brought you into it, so that we could stay together. Obviously you've forgotten. Boah, I can't even say anything. Really. Ah, again, number 2. She's a control freak. People, things, emotions. If she can't control something, she gets rid of it. And you're a wild animal. You'll rub up against anything that'll take you in for the night. Then when you're stuffed and bored, you bite the hand that fed you. Hmm. Number 1. My mind is too challenging. What I have right said, it's just to trust a famished jackal not to eat you while you sleep. I think Therese will never let you live. You've disappointed her. I used you, yes, but I didn't try to have you killed. Therese has no problem with killing. Do you remember Father? But, Father loved me. I was a good girl. I always did what I was told. You always hated that he loved me. You didn't accept him! You brought men home when he wasn't there! You were an awful daughter to him! Wer war jetzt die dunkle Elfenbein? Noch mal eins? Ach ja, Nummer 2 Ja, eins wäre das ist auch das, ja Ja, ja, ja Genau Ah, so Harter Tobak Wenn man sich das nochmal anhört und so Also da ist wohl einiges vorgefallen in der Familie Ich sehe noch nicht richtig da, wie das mit den beiden zusammenhängt Vielleicht hat da einer von euch die Idee, ob das wirklich eine Person ist mit gespaltener Persönlichkeit Oder Wirklich irgendwie zwei Schwestern, die Hm Keine Ahnung Okay, das war es aber schon für heute Weil Das Rendern dauert jetzt wieder ein Stück Und ich habe heute nicht so viel Zeit Deswegen verabschiede ich mich bis zum nächsten Mal Also bis dahin Euer Hostel Also bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal